Ja, ähm, hey, ich bin Finn, heute ist ja der Mittwoch und, ähm, ja, das Video kommt heute leider erster, weil wir keinen WLAN haben, hatten und das kann jetzt auch noch etwas länger dauern, weil wir so schon eine ziemlich schlechte Leitung haben und deswegen kriegen wir jetzt wahrscheinlich bald eine neuere Leitung und, ähm, das heißt, ich kann wahrscheinlich demnächst nicht auch nicht mehr so regelmäßig Videos machen, ähm, ja, Thema der Woche ist, wo stehen wir im Moment oder Update, wo wir gerade stehen oder so, ähm, ja, ich hab meine Namensänderung jetzt nicht durch, ähm, hab meinen Ausweis beantragt, hab jetzt auch vorübergehend einen vorläufigen Ausweis, ähm, hatte am 21.05. mein OP-Vorgespräch in Trostorf, Ähm, dort haben die gesagt, ich werde die Kleinschnitte bekommen, ähm, ja, meine Eltern wollen sich da in den Ländern halt auch irgendwie ein, keine Ahnung, Hotelzimmer nehmen oder so, oder zumindest meine Mutter, ähm, damit die mich besuchen kann, weil die wollte unbedingt dabei sein, irgendwie, ähm, ja, dann, Ja, hoffe, es geht jetzt ganz schnell mit dem Antrag, ähm, ja, dann, meine Stimme hat sich auch schon ganz schön gemacht, finde ich, und der Bart kommt jetzt langsam auf, keine Ahnung, ob man das so sieht, da, hier, und hier, ähm, ja, Ja, keine Ahnung, was hat sich auch so verändert, bin jetzt ein Jahr, vier Monate und drei Tage auf Testo, ähm, ja, Ja, ich finde in der Zeit hat sich schon einiges gut gemacht, ähm, ja, es kann sein, dass ich halt in der nächsten Zeit nicht mehr so oft Videos mache, aber ich hoffe, ihr seid nicht böse, und, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und einen schönen Tag, bis nächste Mal. Und dann, ja, ich wünsche euch noch ein paar Tage, bis nächste Mal.